Moin, ich bin Dakin Richowski und das ist meine One-Minute-Hommelie Zuhören. In Rom startet die Weltsynode und Papst Franziskus wird nicht müde zu betonen, dass es dabei ums Zuhören geht, und zwar auf allen Ebenen. Wenn ich selbst eine kritische Rückmeldung bekomme, dann fällt es mir manchmal schwer zuzuhören und innezuhalten, zu schauen, was dran ist. Stattdessen schaue ich auf die Person, die mir das Feedback gibt und ärgere mich vielleicht über sie oder sehe, was sie alles nicht gut macht. Im drastischen Gleichnis, das Jesus erzählt, wird der Überbringer einer Botschaft sogar umgebracht. Anstatt sein Wort wirken zu lassen, zu schauen, was dran ist, reagieren die Menschen mit Gewalt. Sie hören nicht zu. Zuhören braucht Mut und es braucht dafür Ruhe. Das wünsche ich dir für die neue Woche und das wünsche ich auch den Menschen, die in Rom bei der Synode zusammengekommen sind. So,'re andthe ribbon. So, where come an an Agenda geht?